Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, beim Spielstand natürlich auch. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag, jetzt müssen wir umfassen. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Ecke in die Mitte. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor, ist das bitter. Das ist unglücklich, ein Tor, hier sehen wir nochmal die Entstehung, ist natürlich bitter. Da weiß er selbst, dass er da nicht gut aussieht, aber solche Tore gehören zum Fußball. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Eskudero. Thibaut Courtois. Longley. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Kommt jetzt die Flanke. Er holt sich vorne den Ball. Carrasco. Gute Chance. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. So, Schlussbild für diese Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste. Tja, an diesem knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen.